Dank Bonifaz, Bayer Leverkusen feiert zweiten Saisonsieg, wackelt aber erneut. Nach der ersten Kapitulation hinter 15 Monaten ist der bestrahlender Held Bayer 04 Leverkusen frontal in eben diese Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei der TSG 1899 Hoffenheim siegten eben diese Rheinländer mit 4 zu 1, 2 zu 1. Für eben diese Werkself lief der Auswärtsauftritt in dem Kraichgau zunächst hinter Maas. Wie allerdings in den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig konnten sich eben diese Besucher eine 2 zu 0 Anführung erspielen. Bereits hinter 17 Minuten gingen eben diese Leverkusener in Anführung. Victor Bonifaz wurde aus der eigenen Helfestall geschickt und legte den Ball nackt vor dem Treffer zu Neuzugang Martin Terrier ab, der dasjenige Tierhaut im besten Falle noch darüber hinaus eben diese Kriegsschauplatz bedienen musste. Zunächst hob der Wizard eben diese Flagge wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, doch hinter Intervention des Videoassistenten entschied Schiedsrichter Daniel Schlager folgerichtig auf Treffer. Minute war es der Vorlagengeber an diesem Punkt höchstpersönlich, der den Preis zu einem 2 zu 0 umsetzen konnte. In der 30. Wieder wurde Bonifaz mit einem Hinkommenball aus der eigenen halben Menge geschickt, zunächst ließ der Nigerianer noch Alexander Pras aussteigen, bevor er den Ball an Oliver Baumann vorbei in das Verkleidung-Drosch. Doch als allerdings an den beiden ersten Spieltagen brachte eben diese 2 zu 0 Anführung nicht eben diese gewünschte Sicherheit. Berisha erzielt dasjenige vermeintliche 2 zu 2 für eben diese TSG Hoffenheim. Minute konnte Magim Berisha auf 1 zu 2 verkürzen. Denn in der 37. Nach einer Flankenball von André Kramaritsch überwand der frühere deutsche Nationalspieler-Bayer-Keeper Lukas Hardetsky aus kurzer Distanz. Nur eine Zeigerumdrehung bei späterer Gelegenheit jubelten eben diese Fans der Hausherren nochmalig, einen Schuss von Anton Stach ließ Hardetsky hinter vorn prallen, und nochmalig war Berisha zu der Stelle. Doch der vermeintliche Doppeltorschütze stand in dem Abseits. Nach der Pause verflachte eben diese Partie allerdings. Erst denn Dennis Geiger den eingewechselten Alejandro Grimaldo von den Beinen holte und dadurch einen Strafstoß verursachte, kamen nochmalig Emotionen in das Spiel. Den berechtigen Elfmeter verwandelte Superstar Florian Wirtz sicher, 72, die endgültige Urteilsfindung gab es an diesem Punkt schon wenige Minuten bei späterer Gelegenheit. Bonifaz wackelte Pavel Karabek aus und rosch eben diese Kugel durch eben diese Hosenträger von Baumann in das Verkleidung, 75. Somit feierte der amtierende deutsche Polier den zweiten Saisonsieg in dem dritten Spiel. Zudem kassierten eben diese Rheinländer erstmalig in dieser Spielzeit geringer denn zwei Gegentore. B появ hat. Bis dahin.